Mein Name ist Severendisch. Ich komme aus dem wunderschönen Pöntnerland. Mein Job bei BigFriend ist Werkstattleiter in Thun. Meine Hobbys sind natürlich Biken. Ich bin mit dem wunderschönen Enduro unterwegs. Dann mache ich noch Langlauf, mache Alpine Sachen wie Hochtouren, Klettern. Ich bin dein Experte im Thun für Service. Wenn es um irgendwelches Knacken geht, um Suspension Geschichten. Und allgemein, wenn du Probleme mit dem Melo hast, kannst du zu mir in Thun. Mein Motto ist No Risk No Fall.